Ich bin wieder hineingesprungen in die Untiefen von Reddit, der Ort, an dem sich desorientierte Seelen, die nach Ratsuchen herumtreiben. Und ich habe uns heute tatsächlich fünf verschiedene Fälle herausgesucht, bei denen wir aus unserer Perspektive heraus einmal ratschlagend dem Kommentator hier zur Seite stehen werden. Zieht euch mal das erste Ding hier rein. Aus Respekt nicht fremdgegangen. Freund hat nach vier Jahren Schluss gemacht und will jetzt als WG zusammenwohnen. Mein Freund, mit dem ich seit vier Jahren zusammen bin, hat vor ein paar Tagen Schluss gemacht. Vier Jahre, das, puh. Es kam sehr plötzlich und er hat mitten in der Nacht um drei Uhr mit mir Schluss gemacht. Witching-Hour. Weil er mich nicht mehr liebt. Er meinte, er liebt mich zwar als Mensch, aber nicht romantisch. Och Gott, halt dein, also was ist er dann? Monoromantisch oder wie denn anders? Nee, also eigentlich passt das dann ja, ne? Dann ist er, genau, monoromantisch, dann, er will nur die Beziehung, also nee, er will ja auch die Beziehung nicht. Ich verstehe es nicht. Er ist weder romantisch noch sexuell, aber menschlich. Also ich meine, was ist das dann? Nächstenliebe, so wie ich meinen Nachbarn liebe oder was? Ja, also komm, Alter. Also ich liebe dich als Mensch, aber nicht als, ja, komm halt dein Maul. Also er will einfach nichts mehr mit dir zu tun haben an dieser Stelle. Das ist halt einfach nur ein, ich formuliere es jetzt vorsichtiger, um dich nicht zu verletzen, glaube ich. Wir lesen mal weiter. Und unter anderem meinte er, dass er zum Schluss nur aus Respekt nicht fremdgegangen sei. Nur aus Respekt. Aus welchen Gründen denn so? Ach ja, nicht aus Liebe, sondern aus Respekt ist er nicht fremdgegangen. Hä? Aber das ist ja trotzdem keine Begründung. Aber nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Weißt du noch von Reif? Ja, ja, genau. Lutsch mein ***. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Warum sagt er das? Also zum einen will er das abfedern mit diesem Bullshit-Satz davon wie, oh, ich liebe dich immer noch als Mensch. Zum anderen will er jetzt Lorbeeren dafür, dass er, bevor er Schluss gemacht hat, nicht fremdgegangen ist? Oder er will sie darauf hinweisen, dass sie ihm schon vorher so scheißegal war, dass er emotional jederzeit hätte fremdgehen können, aber er ist so fucking anständig? Also, ich verstehe es nicht. Ja, ich glaube da, wir lesen erst mal weiter, aber ich glaube, da gab es schon eine Gelegenheit, wo er dann wahrscheinlich Nein gesagt hat. Vielleicht war es dann am Ende ein Transmann und er hat gesagt, ah, nee, doch nicht. Vor allem habe ich mein altes Leben, Freunde, Familie, Stadt komplett aufgegeben, nur um mit ihm in einer anderen Stadt ein neues Leben aufzubauen. So funktioniert das halt in Beziehungen. Du musst halt leider Gottes, sofern du einen Partner identifiziert hast, der nicht nur aus Respekt nicht fremd geht, sondern auch aus Liebe, da musst du halt all in gehen. Leider läuft das Leben so. Also, er hat auch starke psychische Probleme, da ist die Red Flag, aus der du nicht mit ihm hättest zusammenkommen dürfen und kämpft mit Drogenabhängigkeit. Eine weitere Red Flag, aus der du gar nicht erst mit ihm hättest zusammenkommen dürfen, weshalb er die letzten Monate in unserer alten Heimat war und dort versucht hat, bei seiner Mutter einen Entzug zu machen. Das kann man auch in einer Klinik, aber gut. Jetzt ist er clean. Okay. Ja, ja. Da ist man direkt schon mal die Theorie, dass, also ähnlich wie bei dem Penner, der dann alles über Bord werfen will, zu dem Punkt, wo er sagt, er ist jetzt eine Frau, er wirft sein Geschlecht über Bord, weil er so abschließen will, also der in der Maus war, der Obdachlose, weil er so sehr abschließen will mit dem alten Neben, mit diesem Neuanfang, dass er einfach alles wegwirft. Ich glaube, psychologisch könnte man sich das vielleicht ähnlich herleiten, dass er vielleicht generell jetzt nicht die innigste Liebe jemals dazu hatte und sich jetzt halt einfach sagt, ja gut, das war, die war auch Teil von meinem Leben in dieser Nähe auch, als ich die Drogen genommen habe und jetzt bin ich ein neuer Mensch, ich habe mich neu erfunden, ich bin jetzt die beste Version von mir und da gehört sie halt nicht mehr dazu. Ja. Jetzt ist er clean, aber hat, wie schon gesagt, plötzlich Schluss gemacht. Nur ist jetzt das Problem mit der Wohnung. Er will mich hier nun raus haben, obwohl ich hier ein neues Leben aufgebaut habe und die Wohnung komplett eingerichtet und er hat hier gar nichts getan, denke ich. Jetzt will er eine WG machen, aber ich will doch keine WG mit meinem Ex. Vor allem gehe ich auch davon aus, dass er sich Mädchen klären wird und keine Lust, das alles mitzubekommen. Ich hasse mein Leben, ja. Übel. Ja, übel. Tu mir leid, ich hasse dein Leben auch. Ich bin froh, dass es nicht meins ist. Ich empfehle dir als Ratschlag für die Zukunft, versuch es mal mit einem Beziehungspartner, der keine psychischen Probleme oder Drogenabhängigkeit mitbringt. Das ist eigentlich eine ganz gute Leitlinie. Gerade Leute, die Drogenprobleme haben, sind sehr gut darin zu lügen. Primär sich selbst zu belügen, aber auch ihre Mitmenschen über ihren Konsum. Psychische Probleme, vielleicht daraus folgend, aber auch damit einhergehend, machen eine Beziehung auch nicht leichter. Es ist schon schwer genug, eine Beziehung mit einem psychisch gesunden Menschen zu führen. Ja, auch da gibt es Höhen und Tiefen. Aber wenn dann diese Irrationalität, ich weiß jetzt nicht, um welche psychischen Probleme es geht, dazu kommt, tu dir selbst den Gefallen. Also du hast es vier Jahre durchgehalten. Das heißt noch nicht, dass es jetzt fürs Leben gewesen wäre. Ja, also tu dir selbst den Gefallen, selektiere deine Partner besser, achte auf diese Red Flags, die du offensichtlich übersehen hast und dann ist da, glaube ich, alles in Ordnung. Aber erhöhe mal ein bisschen deine Standards, würde ich sagen. Und an dem Punkt, wenn man das so ein bisschen betrachtet, wie irgendwie ein Konflikt zwischen zwei Ländern oder so, an dem Punkt ist es halt um die Nettigkeiten vorbei und es geht darum, wer hat Leverage, wer hat die Macht, den anderen aus der Wohnung zu schmeißen und so weiter. Und danach sollte man halt gucken. Du solltest gucken, ja, dass du, wer steht im Mietvertrag? Bist du in der Lage, ihn aus der Wohnung zu werfen und dir halt die Sachen einfach krallen, die du haben willst? Denn offenkundig, der gibt einen Fick. Der gibt einen kompletten Fick auf dich. Und dementsprechend solltest du es auch handhaben. Ja, absolut. Also der will eine WG aufmachen. Und das mit dem Mädchen, da sagst du schon was. Er ist ja bisher nur aus Respekt nicht fremdgegangen. Ja, und er liebt sie noch als Mensch. Ja, ja. Aber wenn er dich noch als Mensch liebt, warum, also ich meine, wenn Schluss ist, darf er ja offiziell fremdgehen. Aber damit wird er dir einen Menschen, den er ja so sehr liebt, aber halt nur als Mensch und nicht als Partner, ja auch unglaublich wehtun. Also du bist ihm eigentlich egal. Du bist ihm egal. Alles, was du gekauft hast, wenn du die Belege davon hast, hol den Scheiß aus der Wohnung raus und zieh da ab. Und wie gesagt, red flags. Das ist häufig halt gar nicht Kommunikation mit der Person, der man all diese Sachen dann sagt, sondern eher Kommunikation mit sich selber. Er will sein Selbstbild aufrecht erhalten. Er will halt nicht der gefühlskalte Wichser in der Situation sein, der er nun mal ist. Und deswegen quatscht er dann diesen Scheiß von wegen, oh, ich liebe dich immer noch als Mensch und so weiter. Das hat auch Selbstbildschutz. Und ja, wie gesagt, an dem Punkt ist eine Eskalationsstufe erreicht, auch wo er dann kommt von wegen WG und so weiter. Das ist ja schon fast verhöhnend, wo man sagen muss, okay, guck einfach, dass du so gut da rauskommst wie irgend möglich. Ja, guck, dass du deine Scheiße sicherst. Absolut. Absolut. Nächstes Ding. Zum Glück hat er schon Schluss gemacht, da muss ich dir das nicht mehr raten. Das mache ich sowieso in 90 Prozent der Fällen. Hier kommt das nächste Ding. Bin ich das Arschloch? Sind wir hier gerade. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, ein Reddit, ein Subreddit, in dem entschieden wird, aufgrund einer Geschichte, ob man das Arschloch ist. Und BDA heißt, du bist das Arschloch. Also die Reddit-Community hat das entschieden. Genau, genau. Das ist dann so braun, ne? Und wenn er nicht das Arschloch ist, dann ist das quasi in irgendwie sanfteren Farben oder so, ne? Genau. Dann steht da NDA, nicht das Arschloch. Toxische Männlichkeit. Da haben wir natürlich ein schönes Ding. Die Geschichte geht mir nicht aus dem Kopf. Ist mir am Wochenende passiert. Kleiner, illegaler Rave im Stadt... Mach Schluss. Ach nee, das ist gar nicht Thema, oder? Warum gehst du auf illegale Raves im Stadt... Das macht man nicht. Was willst du dort für Leute treffen, Alter? Alle kauen, keiner schluckt. Aber gut. Kleiner, illegaler Rave im Stadtpark. Ich stehe mit einem Kumpel zusammen. Er spricht eine Frau an, die vorbeiläuft. Er... Hey, Nicole! Du bist wohl jedes Mal hier. Sie? Interessant, dass du mich mit Nicole ansprichst. Beim Feiern benutze ich eigentlich immer Nadja als Namen. Ich? Ach? Du bist wohl so eine kleine Lügnerin. Das habe ich früher auch immer gemacht. Sie? Zu meinem Kumpel. Siehste, genau wegen solchen taxischen Typen benutze ich nicht meine richtigen Namen. Im Gehen als Nachsatz. Nadja ist mein zweiter Vorname. Was? Edit-Info. Ich habe es in wörtliche Rede gesetzt, weil die Begegnung tatsächlich so kurz und abrupt war. Die Worte sind nicht zu 100% genauso gefallen, aber dem Inhalt nach schon. Okay. Ich habe früher tatsächlich oft einen falschen Namen auf Partys benutzt. Einfach aus Lust am Schauspiel. Warum benutzt du überhaupt einen Namen auf Partys? Egal. Was ich weird fand, war, mich wegen so einem Satz zu canceln. Also keine weitere Konversation zuzulassen und gleich zu gehen. Aber wer weiß, was ich da getriggert habe. Mein Eindruck war auch, dass sie keinen Bock auf Konvo hat. Also Konversation, da war anscheinend keine Zeit mehr, das Wort auszuschreiben. Was ich ja mit meinem Spruch versucht habe. Edit 2. Danke für die ganzen Kommentare. Sehe ich alles ein und werde versuchen, mich zu bessern. Ich denke, worauf sie sich hier stürzen werden, ist dieser leichte Anmachcharakter von, oh, du bist so eine kleine Lüge darin. Das hat halt dieses leichte Flirtige, wo je nach Erwiderung dann eine Art Flirt raus entstehen könnte. Ja. Und der kann halt angenommen werden oder zurückgewiesen werden. In dem Fall wurde er zurückgewiesen. Aber nicht nur das. Es wurde halt so eine Art Stigma draufgelegt. Nee, also ich sehe hier nichts Schlimmes. Nein, du bist nicht das Arschloch. Also du bist ein Arschloch, weil du zu illegalen Raves gehst. Da gehen nur Arsch***er hin. Und da triffst du dann auch nur Frauen wie sie wahrscheinlich. Oder Frauen, die halt wirres Zeug... Obwohl, ja, das ist ja dann auch die. Ja, wenn du als toxisch bezeichnet wirst, weil du halt einen coolen Spruch gegenüber einer Frau machst, dann ist das... Dann sei nicht traurig, Alter. Die ist das Problem in dieser Situation. Und keine Ahnung, ich würde dir wahrscheinlich für anregendere Konversationen auf andere soziale Kontexte dich vielleicht hinweisen, in denen man auch Frauen treffen kann, abseits von illegalen Raves im Stadtpark. Ich glaube, da triffst du jetzt nicht unbedingt die Liebe deines Lebens. Das Lustige ist, wenn sowas als Flirtversuch Deutbares von mir zurückgewiesen werden würde, einfach nur mit so einem... oder so, dann fände ich das deutlich heftiger, als wenn da so ein großer Vortrag von wegen, oh, toxische Typen und so weiter kommen. Das fände ich eher funny. Also vielleicht als Tipp an die betreffenden Personen, mach doch einfach so ein... einfach so eine leichte Angewiedertheit, das würde wesentlich... Wieso gebe ich denen Tipps? Auf jeden Fall, das würde wesentlich emotional beschädigender wirken. Wollen wir hier Tipps geben? Äh, äh, so eine bist du? Nee, du bist nicht das Arschloch, du bist... Ja, also ganz normal nicht, aber ich glaube, du hast da nichts falsch gemacht. Also Reddit hat Unrecht. Und hier steht jetzt, du wirst versuchen, dich zu bessern. Nein, wirst du nicht. Und sag den Leuten das nicht, ist doch scheißegal. Drittes Ding. Bin ich das Arschloch? Was soll ich jetzt tun? Ich zoome mal ein bisschen ran, das ist ein bisschen klein. Jetzt ist der Chat im Weg, den, äh, muss ich jetzt gerade mal... Oh Gott, oh Gott. So. Oh Gott, das fängt mit der... Oh, oh, oh. Okay. Als der Ukraine-Krieg angefangen hat, wisst ihr noch, damals, die Älteren erinnern sich noch, äh, habe ich meine Eltern überredet, Flüchtlinge aufzunehmen... Ja, du bist das Arschloch. Aber auf einer gekackten Seite wie Reddit, ne, kriegt man direkt hier das, nicht das Arschloch. Ja, K-A-H ist keine Ahnung, Holbirne oder so, ich weiß. Also da ist man sich unentschlossen. Wir haben uns informiert und uns wurde eine 59-jährige Frau zugewiesen. Sie spricht kein Englisch oder Deutsch, also müssen wir uns mit dem Translator unterhalten. Sie war einmal, also Google, ne, sie war am Anfang ganz nett und ich wollte auch nie Sachen von, äh, sie wollte auch nie Sachen von uns annehmen, weil sie uns nicht belassen wollte. Sie wohnt bei euch, sie nimmt genug von euch an, zum Beispiel euer Wasser, euren Strom, aber gut. Das ist aber für uns ja kein Problem, weil wir es ja freiwillig machen. Seit einem Monat kommt es immer wieder zu kleinen Konflikten zwischen ihr und meiner Mutter und heute war die Eskalation. Wir hatten einen Schreibtisch von dem Umzug meines Bruders übrig und wollten ihn ihr anbieten, weil sie ein Buch schreibt oder was, weil unser Alter, den sie benutzt, nicht mehr so stabil ist. Na gut, ist ja nett. Meine Mutter bot ihn ihr an, weil unser Alter, ah ja. Alter, das hier ist doch einfach nur Masturbation, das hier ist doch nur so, oh, guck, was für gute Menschen wir sind, wir haben dieser Frau angeboten, einen Tisch, wir haben ihr zu viele Sachen angeboten. Es ist eskaliert, weil wir zu fucking gastfreundlich waren, guckt uns an, wie fucking toll wir sind. Der will doch nicht wirklich wissen, weil er sich Sorgen macht, dass er das Arschloch ist, ob er irgendwas falsch gemacht hat. Der will einfach nur ein paar Schulterklopfer herkriegen. Ich weiß auch gar nicht, was das Problem ist. Ich bin noch nicht an der Stelle. Hast du schon vorausgelesen? Ist das wirklich das Problem gleich? Nee, 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 jetzt geht's halt nur los mit, also erstmal wird ja das Problem geschildert, sie will nichts annehmen und die Eskalation kommt, weil sie ihr einen Schreibtisch anbieten. Das ist, also wie, und dann fängt ihr an, was? Sachen zu werfen oder? Ich bin gespannt. Mein Bruder braucht ihn nicht mehr, bla bla bla, der Translator hat es anscheinend so übersetzt, dass es so rüberkam, als ob er nicht genug für ihn wäre, der Schreibtisch. Das hat sie wahrscheinlich dann so verstanden, dass sie nur alte Sachen bekommt und es ja für sie noch reicht. Das war nicht unsere Intention. Sie meinte dann, ich verstehe es schon und ist auf ihr Zimmer und hat den Schreibtisch rausgeschoben, wobei er kaputt ging, weil er instabil war. Meine Mutter und sie schreiten sich an und es eskalierte. Warum schreibt man sich an, wenn man die Sprache noch nicht mal versteht? Was zur Hölle? Seit einigen Stunden kann man ja einfach so irgendwelche Grunzlaute machen. Seit einigen Stunden will sie nicht aus dem Zimmer raus und ich habe auch, ihr habt sie retraumatisiert, eindeutig. Und ich habe auch öfters mal geklopft und gefragt, ob alles okay ist. Ich würde mir gerne ihre Seite anhören, aber darauf antwortet sie nicht. Ich versuchte es nach einiger Zeit noch einmal und sie machte die Tür auf. Sie schaute mich an und den kaputten Schreibtisch und schloss dann ihre Türe vor meiner Nase. Ich habe sie immer verteidigt und bin die Konfliktlöserin der Familie, aber das war sogar für mich etwas zu viel. Meine Familie überlegt jetzt, sie an ein Amt zu vermitteln, weil das Zusammenleben nicht funktioniert. Deine Eltern sind kluge Menschen. Ich bin dagegen, weil jeder Mensch seine Probleme hat und sie immer noch Unterstützung braucht, vor allem mit Anträgen und dem ganzen Papierkram. Soll ich meiner Familie recht geben? Bin ich dann das Arschloch? Sie versucht nicht mal, uns anzuhören und reagiert bei jeder Kleinigkeit. Raus mit der Frau! Das ist ein undankbares Stück, diese Frau. Alter, ihr schiebt ihr alles in den Allerwertesten. Ihr schenkt ihr Möbel, damit sie, weiß ich nicht, ein Buch schreiben kann auf dem Schreibtisch oder so. Und dann kommt es so rüber, als wäre das noch gerade gut genug für sie. Und da, diesbezüglich ist sie dann, ihr gebt ihr Asyl. Sie wohnt bei euch. Sie kackt in euer Klo. Und sie lehnt diesen Schreibtisch ab. Und jetzt machst du dir Gedanken darüber, ob man diese Frau vielleicht weiter beherbt. Nein! Raus! Entschuldigung. Wie undankbar. Im Chat hat gerade jemand einen super Vergleich gemacht. Und zwar, das klingt so wie ein Kind, das zu Weihnachten einen Hund haben wollte. Und jetzt kommt es nicht mit dem Hund klar und schreibt darüber. Alter, es ist so. Du bist das Arschloch, wenn du dir, also. Ach, du bist das Arschloch, weil du dich hier bei Weihräucherung abholen willst. Du willst doch nur zeigen, wie toll ihr seid. Ja, und du bist das Arschloch, weil du deine Eltern überhaupt in diese Situation gebracht hast dadurch. Mama, Papa, können wir einen Ukrainer haben? Bitte, bitte, bitte. Oh, der Ukrainer lehnt unseren Schreibtisch ab. Oh, jetzt ist aber blöd. Ihr wolltet schon keinen Syrer mehr kaufen. Dann wenigstens ein Ukrainer, komm. Die Verwaltigen mindestens 90 Prozent weniger. Ja, damit hätten wir diese Frage auf jeden Fall geklärt. Die Susi, die wohnt doch gar nicht mehr hier. Also komm. Um Gottes Willen, Alter. Oh, okay. Hier hat Reddit übrigens bei dem nächsten Ding entschieden. Hier sei derjenige, der schreibt nicht das Arschloch. Bin ich das Arschloch? Nachdem ich nicht mehr mit meinem Exfreund reden will. Also, man redet ja nicht mit Exfreunden. Nachdem er von mehreren Leuten auf Discord sich selbst befriedigt hat. Also anscheinend ist Reddit noch nicht so verloren, weil die haben entschieden, nicht das Arschloch. Muss ich überhaupt noch weiterlesen? Ich lese mal weiter. Ja, das ist schon hardcore. Also, wenn sie hier gesagt hätten, ja, du bist das Arschloch. Red gefälligst mit deiner Ex. Am besten noch dabei. Die mit in den Call. Machen Komplimente über seinen Schwanz. Hallo zusammen. Ich habe durch private Nachrichten herausgefunden, dass mein Freund auf öffentlichen Discord-Servern mit mehreren Leuten im Sprach-Channel, Kamera an, sich selbst befriedigt hat. Dazu muss ich sagen, dass er sehr auf Exhibitionismus starb. Ach was. Zum Glück ist es dein Ex. Er hat dies alles... Gar eine kleine rote Flagge. Ganz klein. Ganz klein. Ganz klein. Er hat dies alles ohne weitere Erlaubnis gemacht, ohne mich zu fragen. Es ist dein Ex. Der muss dich erst mal gar nichts fragen, ja. Und hat es dann versucht zu vergraben, seine Worte, um es selber zu vergessen und natürlich nicht vor mir zu verstecken. Also, verstehe ich das richtig? Er hat es während der Beziehung gemacht und du findest es erst im Nachhinein heraus? Wahrscheinlich. Es ist in irgendeiner komischen Internet-Klicke beide drin. Also, ich würde raten, die haben noch hart gemeinsame Bekannte. Wahrscheinlich haben die sich auch so kennengelernt, als Spekulation. Aber so klingt es für mich, dass die das dann auch rausfinden. Die müssen ja im Mindesten auf denselben Discord-Servern da verkehren oder mit denselben Leuten, die dann auch auf diesen Servern sind. Mhm, mhm. Schauen wir mal. Ich habe dann, als ich es herausgefunden habe, sofort die Reißleine gezogen und Schluss gemacht. Ah ja, anscheinend. Okay, gut. Nun will er unbedingt darüber reden, weil ich ja alles falsch verstehe. Du verstehst was falsch, Schatz. Du bist... Es ist... Also, ich kann nicht anders. Ich bin psychisch krank. Ich bin... Ich kann nicht dafür... Oh, die Cam ist an. Na gut. Genug, genug Spaß gemacht. Das ist ja ein ernstes Thema hier. Und Schluss gemacht. Gut so. Gut so. Nun will er unbedingt darüber reden, weil ich ja alles falsch verstehe, weil er das ja nicht für eine bestimmte Person in den Chats gemacht hat, sondern einfach wohl für die Allgemeinheit. Es ist kein Fremdgehen, wenn es für die Allgemeinheit ist. Ich habe... Also, pass auf, Schatz. Also, normalerweise gehe ich ja aus Respekt nicht fremd, ne? Aber... Nur aus Respekt. Aber ich... Also, wenn ich mit mehreren Leuten fremd gehe und ich suche mir die Partner auch nicht aus, ich sage einfach hier, nimm mich, dann mache ich das für die Allgemeinheit, ja? Und wer sich darüber echauffiert, der ist asozial. Also, wirklich. Meine Freundin geht jeden Samstagabend in die Kneipe und treibt es da mit der Allgemeinheit. Sie zieht sich nackt aus, legt sich auf den Billardtisch und dann, ja, kann die Allgemeinheit einmal rüber. Aber das ist ja nicht eine spezifische Person. Insofern, alles super. So. Er sagt selber, es macht es nicht besser. Warum bringt das dann das Argument? Ich fühle mich emotional und körperlich einfach betrogen, auch wenn er anderer Meinung ist. Wie, wie, wie? Der war vorher schon... Ich verstehe es nicht. Was ist deren Beziehungsstatus? Ihr redet von Ex? Oder war das der Trennungsgrund? Das war der Trennungsgrund. Also, sie hat Schluss gemacht, als sie das herausgefunden hat. Und jetzt will sie auch nicht mehr mit ihm darüber reden. Er will es jetzt erklären, nachdem sie Schluss gemacht hat. Es gibt nichts mehr zu reden. Ihr habt Schluss gemacht. Sei froh, dass du ihn los bist. Vor allem, keine Ahnung, das ist so ein Ding. Ich würde halt an diesem Punkt derart allen Respekt vor dem Verlieren, dass mir halt egal wäre. Also, was gibt es zu reden, ne? Es ist doch egal, was der sagt. Der Typ ist ein fucking menschlicher Witz. Ich fühle mich emotional und körperlich einfach betrogen. Ja, zu Recht. Er sieht zwar ein, dass es ein Fehler war, und er mich hätte fragen sollen. Nein! Er hätte auch nicht fragen sollen. Es geht nicht darum, dass du die Chance haben sollst, Nein zu sagen. Es geht darum, dass er überhaupt darüber nachdenkt. Das ist das Problem. Kein guter Partner. Zudem kamen dazu noch Sätze wie Wenn ich kein Onlyfans machen darf, mache ich Schluss. Circa drei Wochen vor dem oben genannten Ereignis. Warum will dein... Das ist ein Mann, ne? Warum will dein Exfreund Onlyfans machen und droht damit Schluss zu machen? Mach Schluss! Ich habe viele Möglichkeiten, unsere Beziehung zu beenden. Mich betrügen. Habe aber immer dich gewählt. Also auch jemand, der aus Respekt nicht fremd geht. Das ist halt so Gatslighting, ne? Also das ist Manipulation. Alter, was für ein Hupensohn. Wir machen alle Fehler. Ja, zum Beispiel deine Eltern, als sie dich gezeugt haben, Digga. Entschuldigung. Oh, da bin ich auch ganz schön was rausgerutscht. Das ist kein Betrügen, weil ich es nicht mit einer anderen Person direkt gemacht habe. Doch! Doch! Also, wenn 50 über dich rübergehen oder so, dann ist es kein Betrug, weil es war ja nicht eine... Doch! Im Mindesten emotional, wenn du es über Discord bei angeschalteter Cam machst und physisch natürlich. Alter, was für ein verdrehtes Verständnis von Realität. Nun meint er... Geisteskranker fucking Typ. Alter! Nun meint er aber, dass ich aufgrund meiner Unbereitschaft zu reden das Arschloch bin! Weil er ja schon alles erklärt hat, aber ich ihn ja immer noch nicht verstehe... Du musst es nicht verstehen. Wirklich. Bin ich wirklich das Arschloch? Oder wird mir hier irgendwie der Kopf verdreht, damit ich mich schuldig... Du hast es selbst ausgesprochen. Wahrscheinlich seit Tag 1 eurer Beziehung. Wahrscheinlich ist das eine manipulative Kiste. Seit Tag 1. Wahrscheinlich ist der Typ einfach so. Alter, ich hab noch nie so was Bescheuertes gehört, Alter. Alter, und dass du dich... Also wirklich... Also es ist mit dir in dieser... Äh, geh mal in dich. Geh mal in dich und überleg dir, was für ein Verständnis von Beziehung habe ich, dass ich mich selbst in dieser Situation noch frage, ob ich das Arschloch bin. Du bist das... Nein, bist du nicht! Du bist, man könnte auch schon sagen, das Opfer. Das Opfer von emotionaler Manipulation. Und das wird bei Weitem nicht das erste Mal gewesen sein, dass so untergriffige Sachen gekommen sind. Absolut. Also allein, wenn du damit spielst, Schluss zu machen oder... Also entweder darf ich das oder ich mache... Das geht gar nicht. Man schreit ja auch nicht so ein. Es ist ja nicht alles super. Und irgendwann kommt dann das aus dem Nichts. Man arbeitet sich ja hoch zu solchen Dreistigkeiten gegenüber dem Partner. Das heißt, das wird eine lange Vorgeschichte gehabt haben mit Eskalationsstufen. So, jetzt mach ich mal das, jetzt mach ich mal das. Wie weit kann ich gehen? Alter, und jetzt, jetzt denkst du, du bist das Arloch, weil du nicht bereit bist, mit demjenigen, mit dem du sowieso schon Schluss gemacht hast, noch mal darüber zu reden. Was erhofft er sich denn, dass du das verstehst und sagst, ach so, ach, das ist ja gar kein Betrug, weil das war ja die Allgemeinheit und nicht eine Person. Dann ist es ja okay. Alles klar, also merkt euch für zu Hause, wenn ihr fremdgehen wollt, bitte mindestens zwei Personen. Dann könnt ihr von der Allgemeinheit reden und dann ist es kein Fremdgehen, äh, Quatsch. Das könnte man als Beispiel im Wörterbuch neben Gaslighting zeigen, die Kiste hier. Ja. Denn warum er noch mal reden will, ist halt, damit er dich weiter Gaslighten kann, damit er dir psychologisch einreden kann, dass du das Problem bist, dir Schuld einreden kann und dich dazu bringen kann, zurückzukommen. Ich meine, das ist offenbar, wie der operiert und wahrscheinlich wird er sein Leben lang so bleiben. Absolut. Also ich frage mich wirklich, welche Person du bist, dass du mit so jemandem eine Beziehung eingehst. Also du siehst halt Menschen, die Degeneration suchen in ihrem Leben, die sich in Exhibitionismus frei zur Verfügung stellen als masturbierende Person auf Discord. Jemand, der damit droht, Schluss zu machen, wenn er keinen Onlyfans aufmachen darf. Ich würde sagen, ja, dann mach auf und tschüss. Also bitte, allein der Gedanke daran, sollte ihn oder sie als Beziehungspartner disqualifizieren. So viel dazu. Such dir bitte einfach, Alter, also mein Ratschlag ist halt echt zu 100 Prozent, such dir Leute, die sowas nicht machen. Geh mal in Kreise von Leuten, die sagen, für mich ist in einer Beziehung sexueller Kontakt nur exklusiv für meinen Partner. Ich glaube, das würde dich schon wirklich weiterbringen. Ja, ich meine, wir könnten dich verknüpfen mit jemandem, der kennt exzellente illegale Rates. Da findet man 100 Prozent Heiratsmaterial. Ja, die illegalen Rates. Er hier, ja? Ach nee, doch nicht. Das war der ukrainische Faktor. Ist egal, ist egal. Ihr findet euch schon. Geht einfach dahin, wo die Musik laut ist. So, jetzt haben wir noch ein Ding. Das geht deep. Ist diese Beziehung toxisch und besitzergreifend? Meine Freundin und ich, beide weiblich 23. Moment, sind das Lesben? Ich will vorausschicken schon mal, dass bei dem Begriff besitzergreifend ich immer schon eine Vorahnung habe. Aber es muss nicht so sein, aber es könnte so sein, dass der hier benutzt wird, um im Endeffekt normales, häufig männliches, aber manchmal auch weibliches Verhalten, normales Beziehungsverhalten zu stigmatisieren, um eigentlich eine Beziehung, die natürlich ein gewisses, gegenseitiges Besitztum voraussetzt, zu einer schlechten Sache zu erklären. Dass sobald man in irgendeiner Form eifersüchtig wird, bei auch den Sachen, bei denen ist das natürlichste der Welt, weil wir hatten, glaube ich, letztes Mal bei dem Reddit-Ding hier, die Kiste, wo die Frau sich gefragt hat, ob sie das Arschloch ist und die Reddit-Leute sagten ja, weil sie nicht will, dass ihr Freund in eine WG mit einer anderen Frau zieht. Das ist ja ganz normales Verhalten, aber von diversen Leuten, die das moderne Kool-Aid gesoffen haben, wird das dann schon als etwas besitzergreifend Toxisches gewertet, was es nicht ist. Also das wäre die Vorahnung, die ich habe. Ja, das hattest du im Vorgespräch auch bereits geäußert. Das ist halt schon so ein Framing. Natürlich, eine Beziehung definiert sich dadurch, dass sie besitzergreifend ist. Das ist dein Partner. Du besitzt deinen Partner. Das ist deiner und du bist sein oder ihr, ihres. Das ist einfach so. Es gibt natürlich gerade, es gibt Grenzen. Also wir meinen damit nicht, dass man seine Frau im Keller einsperren sollte oder in eine Burka stecken oder irgendwas. Klar, das ist alles eine Frage von dem richtigen Maß und so. Aber ja, es hat eine Komponente von Besitztum. Klar, das ist der Punkt von einer Beziehung. Absolut. Meine Freundin und ich, wir geben ja auch hier gerne Relationship Advice für Homosexuelle. Wir sind ja breit aufgestellt. Sind fast zwei Jahre zusammen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Anfangs war ich sehr glücklich, aber das schwindet immer mehr. Das ist normal. Das nennt sich die affektive Phase einer Beziehung. Im Englischen irgendwie Affactuation Phase. Da ist man halt sehr selbstbezogen. Da möchte man immer für das eigene Seelenheil dem anderen nah sein. Und wenn diese Gefühle abflachen, das passiert in der Regel dann so nach zwei Jahren, bei manchen auch nach einem halben Jahr, da muss dann Liebe eintreten. Eine gewisse Selbstlosigkeit, den anderen als Teil von sich zu betrachten und andersherum. Und wenn das nicht eintritt, dann lassen diese Gefühle in der Regel nach. Ich mache mal weiter. Ich liebe sie noch immer, aber das weicht immer mehr. Frust. Einerseits ist die Liebe, Wertschätzung, Bestärkung in den eigenen Interessen, Hobbys und alles vorhanden. Das ist doch schon mal gut. Andererseits ist da Frust über einige nicht banale Dinge. Jetzt bin ich gespannt. Zum einen durchsucht sie regelmäßig mein... Zum einen durchsucht sie regelmäßig mein Handy. Also das heißt, dein Partner hat kein Vertrauen. Ohne Anlass. Ich habe sie nie betrogen. Ja, gut. Das findet man ja in der Regel auch nur heraus, wenn man dann das Handy durchsucht. Das ist nicht gut und dem Handy ist kein gutes Zeichen. Das Vertrauen sollte da sein. Andererseits, also ich kann es verstehen, zum Beispiel, wenn der Partner beginnt, sein Handy zu verstecken oder so, quasi ohne, dass du ein Anzeichen gegeben hast, dass so etwas notwendig wäre, sich so zu verhalten, das wäre da etwas Belastendes drauf. Dann kann ich das absolut verstehen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an, aber ein gutes Zeichen ist natürlich nicht... Klar, ich meine, wenn du in den Raum kommst und du siehst irgendwie deine Freundin hat ihr Handy in der Hand und sie merkt, du kommst rein und direkt ist das Handy weg und gesperrt und du darfst es nicht sehen und dann, ja, dann würde ich mal fragen, was ist denn da los? Da kann man auch mal fragen. Man muss jetzt nicht direkt das Handy durchsuchen, aber ja. Oder sagen wir, beim Schlafen wandert das Handy nicht mehr irgendwie an die Aufladestation, sondern wird irgendwie unter das Kopfkissen gepackt oder so, sodass es quasi nicht zu gängig wäre, wenn man vorher aufwacht, Song kam halt. Nicht einmal heimlich. Ach echt. Wer betrügt denn nicht heimlich? Außer halt der Typ auf Discord. Na gut. Sie verlangt dann, dass ich es ihr gebe oder sie nimmt es einfach. Red Flag. Wirklich alles wird durchsucht. Galerie, Verlauf, sämtliche Shats und Accounts etc. Das geht zu weit. Aber wir hören ja auch nur eine Seite der Geschichte. Also vielleicht gibt es da auch Anlass zu, das können wir nicht beurteilen. Nehmen wir an, du hast nichts getan. Dann ist das ein Mensch, der dir nicht vertraut, der extrem besitzergreifend ist, der einfach ein bisschen durchgeknallt ist und da würde ich auch empfehlen, mach Schluss. Okay, so meint er das, dass es mit nicht einmal heimlich war, also nicht bezogen auf das Betrügen, sondern auf das Handy durchgehen. Sie sagt quasi Handy, ja. Und dann wird es durchsucht. Ja, das ist nicht gut. Dementsprechend häufig kommt es zu Missverständnissen. Beispielsweise warf sie mir einmal an den Kopf, was ich vor ihr verstecken würde und wieso ich den Internetverlauf gelöscht hatte. Ja, warum denn? Habe ich gar nicht. Sie hat bei einem vorinstallierten Browser geschaut, den ich gar nicht verwende. Ja, und man kann ja auch, also wenn man sich jetzt, in meinen Augen sind, es ist jetzt P***grafie in einer Beziehung ein Nowgo, das darf jeder natürlich für sich entscheiden, aber wenn man da betrügen will, dann macht man halt eine private Sitzung auf oder so. Das ist ja jetzt gut. Oh, da werden Kommentare kommen. Letztes Mal gab es schon eine Menge Kommentare. Ich glaube, wir haben das ja nicht mehr in der Deutlichkeit gesagt. Wir haben nur gesagt, jo, kommt halt darauf an, was man vorher so besprochen hat. Ich habe gesagt, dass ich mal eine Beziehung hatte, in der es so war, dass man die Einigung hatte und oh Junge, da waren Leute sauer. Also wir haben ja nicht mal gesagt, jo, so muss es sein oder irgendwas und die Leute waren da schon sauer. Also ich glaube, da können wir uns warm anziehen in den YouTube-Kommentaren. Ach so, weil wir gesagt haben, Pornografie ist jetzt nicht... Genau, das hatten wir ja letztes Mal sogar nicht mal in der Deutlichkeit gesagt. Also ich habe auch eine Präferenz dafür, dass Pornografie keine Sache ist in der Beziehung. Ich sehe es nicht als absolut notwendiges Ding an, es ist nicht das Wichtigste der Welt, aber ja, offenbar sind da ein paar Leute relativ empfindlich. Pornografie ist ja auch an sich allgemein nichts besonders Gutes für euch. Also auch abseits der Beziehung macht das etwas mit euch. Es stumpft euch ab. Es stumpft euch ab. Es stumpft eure Libido ab. Eine echte Frau wird euch nie diese optischen Reize geben können, die euch eine Pornografie mit sechs verschiedenen Frauen geben kann. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, was ganz unterbewusst euch beeinflusst in dem, was ihr dann wirklich sexuell ausübt. Also das hat eigentlich nur negative Seiten. Ihr schaut euch im Endeffekt bei einem P***o zwei Personen an, die psychisch krank sind, die sich danach nie wieder sehen werden und einfach nur den tierischen Akt der Penetration durchführen, also sich gegenseitig als Masturbationswerkzeug verwenden für eine Kamera und das wird dann kommerzialisiert und völlig losgelöst von dem Zeugungsgedanken in die Öffentlichkeit getragen und damit wird dann Geld gemacht. Das ist eigentlich eine schreckliche Sache, die man sich dort anschaut, die jeder so handhaben darf, wie er will. Ich meine, die Leute entscheiden sich in der Regel freiwillig dazu. Aber nicht wegen dem Geld. Es gibt genug Studien darüber, könnte man vielleicht auch mal zum Thema machen, über Drogenmissbrauch und psychische Krankheiten unter P***o-Darstellern. Die Suizidalität unter ihnen. Das ist so eine Sache für sich. Das war ein lustiger Film in den, ich glaube, nee, der war nur über die 70er, ich glaube in den frühen 2000ern oder so ist der rausgekommen, Boogie Nights. Das war quasi über die komplette Kaputtheit von, so ein bisschen wie ein Tarantino-Film hat sich geschaut. Die Leute haben sich teilweise gegenseitig abgeknallt, haben sich selber abgeknallt und so, da ging es halt um die Pornobranche. Das ist ein guter Film. Hier steht Clowny macht alles. Warum habe ich jetzt Clowny gepiept? Entschuldigung, mein Finger ist jetzt so schnell. Clowny macht alles kaputt. Also, schau doch weiter, schau doch weiter, ist doch in Ordnung. Dieser Endorphin-Rush, also was ich generell kritisch sehe an dieser Social-Media-Sucht, die wahrscheinlich die Mehrheit, die wir der Bevölkerung mittlerweile hat, die ist quasi, oh, zack, neuer Input, neue Benachteiligung da, neue Nachricht da, zack, 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 gib mir Endorphine, gib mir Dopanin. Und man wird halt so süchtig danach. Man merkt eigentlich erst, wie einen das fickt, wenn man mal gezwungenermaßen weg ist von der Scheiße für länger als einen Monat. Ich war mal auf so einem, das war so eine Art Gutshaus. Da wurde ich eingeladen und da gab es halt, es gab Internet, aber die Lebenssituation hat nicht hergegeben, dass man wirklich das Internet benutzt hat. Man hatte halt eher sich vor die Glotze gehangen am Abend mit Kamin und so weiter. Und Junge, die Schlafqualität, es ist kein Vergleich. Also, ich war ein fucking anderer Mensch nach diesen zwei Monaten. Jetzt bin ich wieder ein Zombie wie vorher, aber ich denke, das alles ist allgemein nicht gut am Internet. Und die Pornos sind, glaube ich, ein nicht unbedeutendes Zahnrad davon. Jetzt werde ich hier schon verklemmt genannt. Ich sage nicht, dass das nicht, dass das Kurt das nicht will oder so. Ich zeige euch auf, dass es durchaus was mit euch macht, wenn ihr das konsumiert und euch dem zu sehr aussetzt. Es macht einfach etwas mit euch. Ja, okay, jetzt schreiben es alle nur aus. Ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. Ich habe ein wunderbares Leben. Ich weiß nicht, warum das so ein Triggerpunkt ist. Also, ihr könnt es ja halten, wie ihr wollt, ne? Wir geben unsere Perspektive darauf wieder, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, warum die Leute so sauer werden dabei. Ja, gut, das, ah ja, hier schreibt jemand, in einem normalen Maße seien vollkommen normal. Was ist ein normales Maß? Also nur drei Frauen pro Sitzung? Drei Filme? Oder fünf? Oder wie viele Beteiligte in dem Film sind normal? Was ist normal? Aber haltet es, wie ihr wollt, meine lieben Freunde. Ich möchte jetzt nicht zu sehr Offroad gehen, aber ich sage euch, es macht was mit euch. Lustige Gedanke fand ich auch immer, dass früher Könige oder die mächtigsten Leute der Gesellschaft, die haben nicht so viele nackte Frauen gesehen in ihrem Leben wie der heutige, keine Ahnung, 14-Jährige oder so. Ist das gut? Also, ist es definitiv nicht, wofür unsere Gehirne geschaffen wurden? Das kann man auf jeden Fall sagen. Absolut. Absolut. Und ich meine, es stumpft ab, wenn man sich dem zu sehr aussetzt und wenn es dann in eine Situation mit einer richtigen Frau geht, kann das zu Problemen zeugen. Zu Problemen zeugen. Zu Problemen kommen. Wir lesen hier jetzt erstmal weiter. Aber es scheint ein Thema zu sein, was polarisiert. Auch wenn die Leute es jetzt hier im Nachhinein immer als Scherz meinen. Immer wenn so etwas ist, sagt sie zunächst nicht, was los ist, sondern ist total abweisend. Ich muss dann wirklich immer eine halbe Stunde, fast schon drum betteln, dass sie mit mir kommuniziert und sagt was so. Red Flag. Red Flag. Auch extreme Eifersucht tritt auf. Ein Beispiel von vielen. Wir waren einkaufen und später meinte sie total aufgebracht, wieso ich nichts gesagt hätte, als der Kassierer sie angeflirtet hätte und ob mir das egal sei. Ich habe dann ruhig kommuniziert, dass mir das nicht egal ist, aber ich es gar nicht als Flirten wahrgenommen hatte und deswegen nichts gesagt habe. Sie war dann den ganzen Abend über noch abweisend. Generell wirft sie mir immer wieder an den Kopf, ich würde andere Personen viel lieber mögen oder viel hübscher finden. Dann hat diese Person offensichtlich ein Problem mit ihrem Selbstwert oder du zeigst ihr das vielleicht wirklich nicht. Das wissen wir nicht. Egal ob fremde Personen auf der Straße oder aus meinem Bekanntenkreis, Freundschaften. Immer kommuniziere ich ruhig und verständnisvoll. Du sagst es schon das zweite Mal, als müsstest du hier irgendwas unterzeichnen, dass das nicht der Fall ist. Das sind keine Einzelfälle, sondern das kommt fast wöchentlich vor. Mach Schluss. Das sind nur ein paar Beispiele von vielen, was die Kontrolle und Eifersucht angehen, aber alles weitere würde ich nur wiederholen oder den Rahmen sprengen. Ich weiß, dass sie das nicht aus Boshaftigkeit macht, sondern weil sie verunsichert ist. Ja, das ist jetzt halt wieder, da wurde gegaslighted in meinen Augen. Also ich höre jetzt wieder die Worte deines Beziehungspartners aus dir heraus sprechen. Steckt ein bisschen Wahrheit drin. Also das kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, sie fühlt sich selber unzulängig. Wahrscheinlich steckt da etwas weiter. Ja, ja, ja. Generell fällt es mir sehr schwer zu beurteilen, ob das Ganze toxisch und besitzergreifend ist oder nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mich immer häufiger, nachdem ich bei ihr war, eher ausgelaugt und erschöpft als glücklich fühle. Ja, was soll ich sagen? Na gut, in der Beziehung, das sind Hochs und Tiefs. Mit diesen Eifersuchtsituationen ist natürlich, warum sagt sie dann nichts? Also, dann soll sie sagen, ey, flirt mal meine Freundin nicht an, wir sind hier zusammen. dann macht den starken, in Anführungszeichen, Mann, also auch wenn du eine Frau bist, wenn sie das selbst nicht merkt, dann macht das. Es ist ja auch jetzt in heterosexuellen Beziehungen so, dass Frauen das gerne mal gar nicht merken, dass irgendein Typ irgendwas von ihr will und dann muss der Freund dementsprechend sich äußern dazu und sagen, ey, jetzt verpiss dich mal, geh mal weiter, Alter. Und damit du da nicht gefahrlässig zu blamieren musst, das ist ja schon relativ unambivalent sein. Ansonsten bist du halt so ein bisschen der Typ, der so, ey, hast mein Freundin angequascht, ne? Ja, ja. Dann wirkst du halt wie ein Vollspaß. Ja, klar, klar. Also, ich bin der Meinung, dass man hier trotzdem Schluss machen sollte. Also, ich finde das mit dem Handy durchsuchen, das ist halt ein No-Go, Alter. Also, ich weiß jetzt, wenn ich jetzt nur nach dem urteile, was hier unsere Version ist, das ist das, was du uns sagst, du gibst ja selbst keine Fehler zu, das ist auch okay, das ist deine Sicht. Aus dieser Sicht heraus würde ich sagen, es ist, diese Person vertraut dir nicht und ist auch besitzergreifend und ein bisschen bescheuert, ja. Ähm, aber gut, das mit dem Anflirten, da bin ich der Meinung, wenn das wirklich so ist, dann hätte sie das auch ansprechen können gegenüber dem Kassierer und da klare Kante zeigen können, aber manchmal, ganz ehrlich, ne, du hast es ja schon gesagt, sei nicht, sei nicht der Asi da, also meine Freundin angesprochen, komm mal her, kriegst du gleich eine, so soll es natürlich nicht sein, ne, also bewerte das so, du bist eh aus der Situation gleich wieder raus, dann drauf, drauf geschissen, ehrlich gesagt. bei dem Handy ist für mich auch eher entscheidend, das wie, als das was und das wie oft, ne, also dass sie offenbar sagt, oh, Handy her, ich hol jetzt wieder Handy durch oder sie geht an deinen Browser und so weiter und sie, sie ist da gar nicht verschenkt, also sie hat das Gefühl, dass sie damit überhaupt nichts irgendwie Falsches macht, das ist das Problem, wenn das einmal passiert und ich hab den Chat ein bisschen beobachtet, die scheint das ein bisschen anders zu sehen, also für ein paar Leute im Chat scheint das das absolute No-Go zu sein, das würde ich nicht mal so sagen, also für mich ist das nicht das Ende der Welt, aber die Form, die es hier angenommen hat, die ist schon, die ist schon übel. Ja, habt einfach nichts zu verstecken vor eurem Partner. Ist, glaube ich, das Beste. Ich meine, ein gewisser Raum für Privatsphäre, wenn jetzt einer irgendwie heimlich, äh, sich, äh, Pornografie anschaut oder so und ihm das peinlich ist, dann, dann stellt es doch einfach klug an und, äh, aber dieses, dieses offensive Handy durchsuchen auch vor deinen Augen, ne, das ist, das geht gar nicht, Alter. Das geht gar nicht. Ähm, aber Eifersucht ist ein Liebesbeweis, zum anderen. Äh, ein gesundes Maß an Eifersucht gehört zu einer Beziehung dazu. In meinen Augen ist es der ehrlichste Liebesbeweis, den es gibt. Man entscheidet sich nicht dazu, eifersüchtig zu sein, man ist es einfach. Es kommt aus dir selbst heraus. Ähm, aber auch hier ist natürlich der gesunde Mittelweg, äh, wichtig, äh, hier jetzt total aufgebracht zu sein. Äh, ich, ich weiß nicht. Also vielleicht sieht man da auch mehr Flirt als da ist und, äh, naja. Probier's mal mit einer Heterobeziehung und, äh, nein, 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 das ist jetzt nicht der Rat, den wir da rausziehen. Ach ja, wir sind beide weiblich, ja, stimmt. Das auch. Wer schlägt eigentlich wem auf die Fresse? Wie bitte? Wer schlägt eigentlich wem auf die Fresse? Das ist die Frage, wir hatten ja vorhin, äh, die, äh, Studie mit, ähm, häuslicher Gewalt. Wo war das denn? Hier bei Markus, ne? Hier. Genau, zwischen 17 und 73 Prozent. Na, also vielleicht wäre das ja mal was, wenn du deine Orientierung nicht öffnen möchtest, äh, Richtung Bi-Neugierig oder Bisexualität, dann, äh, mach trotzdem Schluss. Also mir ist es zu besitzergreifend, mir ist es ein bisschen zu bescheuert. Also mit dem Handy durchsuchen ist halt blöd. Ja, ja, geht zu weit. Und ich gehe davon aus, also folgendes, wenn man das irgendwie einfach so zugelassen hätte und man hätte halt nie was gesagt und wäre halt einfach so mitgegangen, dann wäre das auch ein Teil vom Problem. Man könnte mal versuchen, naja, ein Machtwort zu sprechen, wenn man, wovon ich ausgehen würde, immer mal wieder gesagt hat, dass man dieses Verhalten nicht gut findet und es kommt immer mehr davon, ja, mach Schluss. Also schein' nichts zu bringen.